Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel Tutorial. Ja, heute geht es um folgenden Sachverhalt und zwar habe ich hier eine kleine Liste mitgebracht. Ja, da sind verschiedene Lebensmittel aufgeführt und wir haben davor eine Nummer, also eine Zahl. Zum Beispiel hier 12 minus Cola oder 12 Strich Cola oder 12 Dash Cola und dann 10 Strich Energy Drink und so weiter. Ja, also einfach letztendlich, wir haben hier Text, das heißt irgendwelche Produkte und wir haben davor eine Zahl stehen. Und das könnte zum Beispiel, wenn das jetzt ein Sachverhalt im echten Leben wäre, könnte das zum Beispiel irgendeine Produktnummer oder sowas sein. Und jetzt geht es um die Frage, jetzt haben wir sowas in Excel und wir haben jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr lange und große Liste davon, wie können wir jetzt am besten diese Nummern loswerden, wenn uns nur die Produkte interessieren, wie können wir da vorgehen. Und da fallen mir spontan verschiedene Möglichkeiten ein, wie man das machen könnte. Also zunächst mal gibt es ja die Texte in Spalten Funktion, da könnten wir jetzt jede einzelne von diesen Spalten quasi einfach trennen, auf Basis dieses Trendzeichens, in dem Fall dieser Strich und könnten dann sagen, naja gut, dann haben wir die einzelnen Spalten, dann löschen wir eben, was wir nicht brauchen und fügen das wieder zusammen. Ist aber aus meiner Sicht eine ziemliche Arbeit, das zu machen. Also das wäre jetzt nicht mal eine preferierte Lösung. Wir können das auch über den Abfrageeditor, das heißt über Power Query lösen, das wäre auch eine Möglichkeit. Oder wir könnten es auch über die Suchen und Ersetzen Funktion lösen, was aus meiner Sicht die beste und schnellste Lösung ist. Und die werden wir auch umsetzen. Aber noch eine weitere Sache möchte ich euch zeigen, die kennt ihr vielleicht auch oder habt vielleicht auch schnell dran gedacht. Es gibt ja auch in Excel eine andere Möglichkeit und zwar dieses, quasi dieses Schnellausfüllen oder wie man es nennt. Schnellanalyse ist hier, aber das ist es nicht, sondern das Ausfüllen ist es, glaube ich. Also Schnellausfüllen müsste das sein, es ist das hier, glaube ich. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel einfach nur mal Magnum daneben schreibe, Magnum, so, und dann gehe ich in die nächste Zelle und schreibe jetzt hier Ben & Jerry's. Ihr seht, das wird mir schon vorgeschlagen und Excel führt das automatisch nach unten aus. Das heißt, Excel erkennt letztendlich ein gewisses Muster, das aus dem Text, den ich extrahiere und versucht dann etwas quasi für mich vorzuschlagen. Und in dem Fall ist es ja relativ einfach noch, weil wir haben einfach nur diese Zahl und dann diesen Strich weg. Und wir könnten jetzt hier direkt quasi mit Enter das bestätigen sozusagen und das dann ausfüllen, ja, wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings hätten wir das eben nur für eine Spalte jetzt hier und müssten das natürlich dann für die anderen auch machen. Aber es wäre eine Möglichkeit, das zu tun. Und ich finde das eine ziemlich elegante Lösung. So, aber jetzt zu der Lösung mit dem Suchen und Ersetzen, ja, weil das ist aus meiner Sicht die beste und einfachste und schnellste Lösung. Weil wir könnten einfach diesen Bereich markieren und könnten ja dann in die Suchen und Ersetzen Optionen reingehen, einfach mal so. Und dann seht ihr auch schon, ich habe es hier schon vorgemacht, weil ich es schon mal getestet habe vorab. Ja, damit jetzt hier nichts schief geht. So, also ihr könnt quasi nach Platzhaltern suchen. Wie funktioniert das? Naja, wir können ja nach festen Werten suchen. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel eingeben, ich suche nach einer 12 und ich möchte die doch nicht zersetzen. Ja, oder in dem Fall nach 12 und dann dem Strich natürlich, sowas. Und möchte das doch nicht zersetzen. Dann würde ich entsprechend hier oben bei Cola entsprechend dieses 12 minus entfernen. Aber was ist denn mit den ganzen anderen Zahlen? Ja, die sind nicht alle gleich, weil jedes Produkt hat ja hier eine unterschiedliche Produktnummer. Ja, das heißt wir müssen das irgendwie generischer gestalten. Und das können wir einfach tun, indem wir, anstatt wir hier eine hartkodierte Zahl, das ist eine feste Zahl, reinschreiben, könnten wir hier auch einfach reinschreiben einen Platzhalter. Und der Platzhalter ist einfach dieses Sternchen-Symbol. Ja, also wenn wir jetzt hier Sternchen und Minus eingeben, also Sternchen und das Trennzeichen, in dem Fall eben das Minus oder der Strich. Und dann eben auf alle ersetzen klicken, in dem Bereich, den wir ausgewählt haben, alle ersetzen. Dann seht ihr schon, wir haben jetzt hier 18 Stellen ersetzt. Naja, warum 18 Stellen? Naja, wir haben hier 6 mal 3, sind entsprechend 18. Okay, und wir sehen hier entsprechend, jetzt haben wir hier nur noch unsere Produkte hier stehen. Sind dann fertig, kann das schließen hier entsprechend und sind dann auch schon fertig mit der Datenaufbereitung. Und dann haben wir hier unsere Getränke, haben dann hier unsere, ja, was ist das, Hauptmahlzeiten möglicherweise. Und hier entsprechend unsere verschiedenen Eiscremes. Ja, und ich habe mir sagen lassen, Florida ist auch eine Eiscreme-Marke, die es in Deutschland wohl gibt. Ja, okay, gut, das war's für das Video. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das hat dem einen oder anderen oder der oder anderen anderen weitergeholfen. Auch sonst, vielen Dank fürs Abonnieren meines Channels. Freut mich immer, wenn die Excel-Community, so nenne ich es einfach mal, wächst. Das ist auch immer Motivation für mich selber, einfach das Ganze noch ein bisschen auch verstärkt anzugehen und neue Videos zu produzieren. Und dann auch mein Wissen mit euch zu teilen. Ansonsten, vielen Dank für den Daumen nach oben und ich wünsche euch dann wie immer einen schönen Tag. Erholt euch gut und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.